Wie wird es in Deutschland weitergehen? Ich glaube, dass etwas Geniales auf uns zukommt und ich möchte dir gerne erläutern, warum. Es sind 100 Jahre vergangen. Das bedeutet, dass bereits zum zweiten Mal der Zeitraum für ein Jubeljahr abgelaufen ist. Nach 7x7 Jahren, also 49 Jahren, geburt Gott, dass im 50. Jahr ein Jubeljahr stattfinden soll. Das ist ein Jahr, in dem das Eigentum zurückerstattet wurde, in dem Menschen frei wurden und in dem jedermann einen echten Neuanfang machen konnte. Das findest du beispielsweise in 3. Mose 25. Wir betreten jetzt sozusagen nach Ablauf von zweimal diesem Jubeljahrzeitraum einen dritten Zeitraum, einen neuen Zeitraum. Und ein dritter Zeitraum ist in der Bibel immer etwas Besonderes. Denkt dran, nach zwei Tagen im Grab war der dritte Tag der Tag der Auferstehung. Und im Propheten Hosea können wir lesen, er wird uns nach zwei Tagen neu beleben. Am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Der September 2009 war ein sehr interessanter Monat, geistlich gesehen. Am 15. September 2009, das war genau 100 Jahre nach der Unterzeichnung der Berliner Erklärung, fand in Berlin eine Buß- und Fürbitte-Konferenz statt, um dieser 100 Jahre Berliner Erklärung zu gedenken. Und viele der Teilnehmer, auch ich, waren der festen Überzeugung. Nach 100 Jahren ist dieses Thema wirklich tatsächlich erledigt. Die Wirkungsweise der Berliner Erklärung ist vorbei. Das ist Vergangenheit. Drei Tage später begann abends das biblische Fest Rosh Hashanah. Der Tag des Posaunenblasens. Das ist der Tag des Neuanfangs. Ein Tag, der das Kommen des Herrn ankündigt. Zwölf Tage später, am 28. September 2009, war Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Yom Kippur ist der Tag, den die Bibel auf den Anfang und den Endtermin des Jubeljahres setzt. Das heißt, am 28. September lief dieses Jubeljahr ab. Das bedeutet, dass wir uns seitdem in einer echten Phase des Neuanfangs befinden. Seit 100 Jahren haben ganze Generationen von deutschen Christen gearbeitet, gespendet, gedient und gebetet, 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 um das Reich Gottes zu bauen. Und sie haben so wenig gesehen. Es gab so wenig Frucht. Es gab nur Stagnation über Jahrzehnte und Jahrzehnte. Kaum Wachstum. Evangelistische Aktivitäten und Bemühungen, das Reich Gottes zu bauen, waren wie von einer übernatürlichen Wirkungslosigkeit geprägt. Die Dinge Gottes waren wie aufgehalten und im wahrsten Sinne des Wortes wie aufgestaut. Doch viele prophetisch begabte Menschen realisieren gerade in den letzten Monaten, dass etwas passiert. Dass sich in der geistlichen Welt etwas tut. Dass Dinge in Bewegung kommen. Dass Umwälzungen auf uns zukommen. Ich persönlich hatte das geistliche Bild eines Staudamms. Eine gewaltige Staumauer, wo unten nur ein ganz kleines Bächlein herauskam, aber wo hinter sich unvorstellbare Wassermassen befanden. Wasser ist ein Bild für den Heiligen Geist, für Ströme lebendigen Wassers. Ich glaube, dass diese Staumauer vom Bösen aufgerichtet wurde und dass dahinter sich Unmengen von Gebetserhörungen, von Segnungen, von Heilungen, von Gnadenerweisen Gottes, die über Jahrzehnte, ja über hundert Jahre dort aufgestaut worden sind, befinden. Ich glaube, es ist lebendiges Wasser, was Gott zu dieser leidenden Nation Deutschland und zu diesem siechenden Erdteil Europa senden will. Ein Freund von uns hatte ein ergänzendes Bild, das wie ein Puzzlesteinchen dort hineingepasst hat in dieses Bild. Er sah, wie diese Staumauer einstürzte und wie sich dann unbeschreibliche Wassermassen über das Land ergossen, die Festungen und die Bollwerke und die Strukturen des Bösen einfach wegspülten in einer gigantischen Flutwelle und die Landschaft völlig veränderte. Das erinnert mich an die Schalen von Räucherwerk, von denen die Offenbarung spricht. Weißt du, das sind Schalen, in denen die Gebete der Heiligen aufbewahrt sind. Und zu gegebener Zeit werden diese Schalen ausgegossen. Das bedeutet, dass innerhalb kürzester Zeit eine ganz große Zahl von diesen Gebeten erhört wird und große Dinge in dieser Welt geschehen. Ich bin sicher, wenn dieser geistliche Damm dieses Stausees bricht, dann ergießen sich die Segnungen und die Gnadenerweisung, die Gebetserhörungen Gottes seit Jahrzehnten innerhalb von ganz kurzer Zeit über unser Land. Auch diese beiden prophetischen Eindrücke findest du auf unserer Webseite und noch einiges andere, was in die gleiche Richtung geht. Ich bin überzeugt, wir befinden uns in einer Phase eines echten Neuanfangs. Wenn du das für unwahrscheinlich hältst, dann erinnere dich an die Deutsche Wiedervereinigung. Die Nation Deutschland wurde nach Jahrzehnten in völlig unerwarteter Weise wiedervereinigt und die Berliner Mauer fiel zu einem Zeitpunkt, wo niemand es für möglich hielt. Und das ist ein Bild im Natürlichen, ein Symbol, was auch in der geistlichen Welt geschehen wird. Wie bei der Auferstehung wird aus der größten Finsternis der größte Sieg kommen. Ich bin gewiss, es wird ein Zeitpunkt kommen, in dem Gott einer neuen Generation in Deutschland das anvertraut, was sein Volk 1909 nicht angenommen hat. Es gibt ein interessantes biblisches Bild dafür, und zwar ist das Saulus. Saulus war es, der die Christen als das Volk Gottes verfolgte, hetzte und tötete. Deutschland im 20. Jahrhundert war es, dass Israel als das Volk Gottes verfolgte, hetzte und tötete. Saulus wurde zu einem Paulus. Und er bekam von Gott großartige Offenbarungen und eine fantastische Vollmacht, um das Reich Gottes auszubreiten. Ich komme nun zum Schluss. Und ich möchte dir das mitteilen, was mir persönlich am allermeisten Hoffnung und Zuversicht und Glauben gibt, dass Gott etwas Großartiges für uns vorbereitet hat. Es ist eine Prophetie. Eine Prophetie von William Seymour und Charles Fox Parham. Den beiden Werkzeugen, die Gott maßgeblich zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebrauchte, um in seinem Leib etwas Neues zu initiieren. Sie gaben ca. 1909 eine übereinstimmende Prophetie weiter. Das war genau zu dem Zeitpunkt, wo sich in Deutschland der Leib Christi in zwei Lager spaltete. Es sind zwei Zeugen, die ein übereinstimmendes Zeugnis haben. Jesus sagt uns, damit aus zweier oder dreier Zeugenmund jede Sache bestätigt werde. Und es sind nicht irgendwelche Zeugen. Es sind Menschen, durch die Gott das Leben von Hunderten von Millionen Christen auf der ganzen Welt gesegnet hat. Ich glaube, es sind verlässliche Zeugen. Diese Prophetie besagt, in etwa 100 Jahren wird die Shekina-Herrlichkeit zurückkehren und eine Erweckung entfachen, die die Azusa-Erweckung übertreffen wird. William Seymour bestätigte 1910 diese Prophetie nochmals. Und er sagte, In etwa 100 Jahren wird es eine Ausgießung des Geistes Gottes und seiner Shekina-Herrlichkeit geben, die größer und weitreichender sein wird, als das, was man in Azusa erlebt hat. Wenn diese Prophetie stimmt, dann steht das jetzt ganz kurz bevor. 100 Jahre Stagnation sind genug. Ich glaube, dass Gott für Europa und für die Gemeinde Gottes in diesem Erdteil viel, viel mehr vorbereitet hat, als wir uns vorstellen können. Vertraue und Vertraue und Vertraue Vertraue und Vertraue